Hallo YouTube, wir sind da, ja go, wir machen da schon go, oder? Wo ist Trimax? Wir spielen Trouble in Terroristown, das Problem ist, ich bin immer Traitor, also wirklich jede Runde. Und das ist nach Runde 20 nervig. Also ich sag's euch wie es ist, ich glaube er hat das gerade gefaked und hat einfach zweimal Anmod gemacht, um in den Trimax zu kommen. Ich glaube er hat gar kein Traitor. Ich glaube Romatra ist eigentlich Trimax. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ich bin nicht fett. Oh, Alter. Ich bin hier gerade mit Vlesk alleine und ich sag mal so, Vlesk verhält sich sehr sehr auffällig. Er hat eine Waffe in der Schule. Ich habe einfach keine Magie mehr. Achso. Romatra ist gerade, Romatra ist gerade... So Kinder, kommt bei BTI ins Klassenthema, ne? Oh nein. Nein, ja komm hier. Ich will das nicht. Romatra ist echt nicht geballert. Oliver Trader. Ich muss die auch stellen. Das hat mich stürzt. Diese Adlerpistole. Was? Das Spiel ist einfach explodiert. Hä, was ist jetzt passiert? Das ist 1 zu 5. Mit 6 Kugeln. 1 zu 5. Es ist fast jeder... 2 Mal ist jedes Mal fast jeder gestorben. Nein, ich habe Spider-Man überlebt. Ich auch. Das tut mir übrigens sehr leid, Kutcher. Ich habe auch nicht gedacht, dass sie das sofort aktiviert, sobald du es kaufst. Aber ich habe es gekauft und es hat sich sofort aktiviert. Ja, die ist super. Wollen wir kurz Roleplay machen in der Schule? Wir gehen alle in den Klassenzimmer. Ich bin der Lehrer. Perfekt. Kommt rein. Ich mache mit. Ja, ich war schon wieder Traitor. Erster Round. Ich war auch schon wieder Traitor. Ich bin in der Schule. Wo bist du? Ich warte auf meinen Lehrer. Ja, Maya, darf ich den Overhead-Projektor wegräumen? Nein! Oh, die Videowagen. Heute gucken wir einen Cartoon. Wo denn? In welchem Raum soll ich ein- soll ich kommen? Wir sind alle in dem Leinwand, Allah. Ja, komm hier. Hier alle rein. Hier alle rein, Kinder. Kommt her, kommt her, kommt her. Ja, da ist eine Leinwand. So, ich setze mich vorne hin und ihr setzt euch schon mal berücksichtigt. Ich bin der Einzige, der hier drin ist irgendwie. Du bist ja auch ein Streber. Oh Mann. Oh Mann, ey, die sind alle so kacke. Ich will in der letzten Reihe sitzen, sorry. Okay, also Kinder. Ich sitze in der ersten Reihe, direkt vorm Lehrer. Hallo, Herr Lehrer. Wo? Alter, die Stühle, Mann. Gut, Kinder, ganz kurz. Wieso habt ihr... Oh, 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 oh. So, oder was, so, oder was? Ich denke, der ist im Frieden. Das war die Mananen-Bombe. Da, du dummer Traitor. Wenn du noch ein Problem bist, kannst du auch mit mir reden, natürlich, ne? Ich rede jetzt aus Prinzip nicht. Sebastian? Thomas? Ja, wo bist du denn? Erzähl doch mal. Ich bin immer noch im Klassenzimmer. Ach, echt? Ja. Oh, unterrichtbar dafür, nur wie? Spider-Man. Bist du ja. Scheiße. Schaut's gar nicht einfach um. Die aber auch weggeflogen ist. Weil ich, äh, Bittreffs planiert habe. Jürgen. Bist du wieder Trader? Ja, ich bin schon wieder Trader. Was geht, Bruder? Der hat sich ist bei mir, der bringt mich um. Ja, komm, stört sich hier. Keine Sorge, das cutte ich raus. Das cutt man nicht raus. Wir müssen nur. Ja, hier, komm. Wer läuft hier unten? Hanno und... Oh, wer, was geht, was passiert hier? Was passiert hier? Geh bitte raus. Was passiert hier? Darf ich... Nein, hallo. Ich würde gerne mitmachen. Darf ich mitmachen? Wir machen Mathe. Genau, nachhilfemäßig. Ich würde gerne... Okay, ich lass euch dann mal alleine. Ich lass euch alleine. Ich mach euch die Türe zu und lass euch alleine. Hat jemand Bananen bestellt? So, Sterzig. Dann nehm mal rein. Komm. Ja, erzähl mal. Hey, wo kommst denn du hier rein? Was für erzähl? Du sollst mir blasen? What the fuck? Blippest du inno? Wir müssen... Bro, ich hab keine Hausaufgaben. Ich will einfach nur geblasen bekommen. Oh, Mann. Ja, war inno-Szene. Was hast du getan? Warum habt ihr jetzt? Warum habt ihr jetzt? Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Das müssen wir noch so. Wir müssen gleich irgendwie im Klo. Okay, okay. In die Toilette. Warte. Oh, Gott. Tu weg. Oh, Gott. Oh, Gott. Dieses Blut. Okay. Wir gehen zum Lehrer und sagen... Okay, alles klar. Oh, Gott. Hallo, ich bin euer... Ich bin euer Lehrer. Ich bin euer Lehrer. Oh, mein Gott. Ich mach die Türe auf und was seh ich? Ich mach die Türe zu. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Holy Scheiße. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Da muss ich mich jetzt wieder für verantworten. Könnt ihr nicht einfach dabei bleiben, dass ihr euch gegenseitig befriedigt? Jetzt müsst ihr ja auch noch Leute umbringen. Jetzt muss ich den wieder entsorgen. Oh, Gott. Der Direktor. Ich mach das für euch. Der Direktor. Scheiße. Jeder macht mal Scheiße als Schulkind. Ich entsorg ihn im Pool. Gar nicht. Meine Wille um ernst zu machen. Der Trick, wir gehen in Formatikraum. Komm. Er schwimmt. Wir tun Schmuddelbilder als Letzt noch Hintergrund machen. Oh. Seidest du extrem leck, oder? Ja, ich kann mich auch nicht mehr bewegen. Wo bist du? Ich glaube, wir haben den Server geflickt. Oh, was passiert? Nein. Es ist leck. Das habe ich gemeint, als ich gesagt habe. Das habe ich gemeint, als ich gesagt habe. Das habe ich gemeint, als ich gesagt habe. Herr Polizist, bitte nicht schießen. Ich schieße nicht. Ich wurde mein Freund sterzig. Ohohohoho. Du hast nicht die Spülhahn. Also, sterzig war anscheinend schüttler. Echt? Omatra. Wo bist du? Warte mal, sterzig lebt wieder. Ich habe garer sterzig gesehen. Der lebt wieder. Wo ist er? Der Trick. Das war... Revi lebt auch wieder. Doda ist tot. Wo ist der nächste Film? Warte, ich musste gerade erstmal alle rausräumen. Lalalalalala. Lalalalalala. Hätte ich dich getroffen, dann wärst du jetzt tot. Hätte er dich getroffen, dann... Hätte er dich getroffen, dann... Warte, wo ging... Eis und Kleber hier? Warte, ich ging mit mir? Oh! Irgendwo ging Krächer. Hilfe. Du bist der Traitor, ne? Oh! Oh, lässiger Shot. Alter, etwa One-Punch-Man rausholen. War die dickste Runde, die wir bisher hatten. Das tut mir so leid, aber ich musste das einfach machen. Das war so funny. Ja, ja. Alles geil. Datsly und ich haben auf das Netz eine ganz große Scheiße gebaut. Wie bei Exorcismus auf dem Klo, Alter? Revi. Der in uns kann ich selber Ohr ansprechen. Nicht, wenn der Direktor das sieht. Direkt nach Papu. Mein Gott, Alter. Dann merkt man, dass du die letzten 10 Jahre nur GTA-Roleplay gespielt hast. Rein ins Schwimmbad. Booyah, ich kann nicht mal schwimmen. Wer kommt nicht umgleichen? Wir gucken nach Penisen und Muschis. Oh Mann. Booyah, Datsly. Die haben Shotguns. Datsly, ich hab mich liefen, okay? Kommst du da durch? Der Jera. Ah. Oh Gott. Der Jera. Wir haben nichts Wulff unter der Duschi gemacht. Versprochen. Weitermachen. Ich hab richtig nie angefangen. Oh Gott. Da ist der letzte Biologie-Lehrer, der wohl immer eine Erektion hat. Ich schwimm. Herr Jera, ich hab mich im Pool groß gemacht, sorry. Ich hab schon wieder. Ich hab schon wieder. Oh. Ja, Kutscha. Kutscha ist ertrunken. Er hat nicht gesehen, dass mein Leben verliert wahrscheinlich. Oder du hast ihn dann natürlich erträngt. Ich hab ihn erträngt. Weil du das siehst, wenn du unter Wasser gehst. Der geht halt unten so eine Leiste runter. Geht mal ein unter Wasser. Herr Vlesch. Vlesch. Vlesch hat gesossen. Ich hab wirklich nicht. Ich hab ihn nicht ertrunken. Sie haben gerade gesossen. Auf Romatra, ja. Herr Biologie-Lehrer, ich hab ihn nicht ertrunken. Herr Romatra, der Herr Vlesch hat auf dich gesossen. Ja, vielleicht schießen wir bitte nicht auf mich. Herr Romatra, bleiben Sie mal bitte stehen. Herr Romatra, bleiben Sie mal bitte stehen. Ich werd nicht stehen. Herr Romatra, bleiben Sie mal bitte stehen. Ihr wollt mich nur wieder abschießen. Herr Romatra, Sie haben einen Splint im Schichtdecken. Okay, ziehen Sie mir ihn raus. Ich mach ihn raus. Ich mach ihn raus. Ziehen Sie ihn raus. Ah! Danke. Danke, Herr Revi. Warte, Herr Revi. Ich bin der Kellner. Ich bin der Kellner. Geh wieder raus, ihr Revi. Oh, ich hab die Kühlkammer. Ich hab die Kühlkammer. Scheiße. Bebe, darf ich dir deine Füße lecken? Ich hab mir die Kühlkammer. Geh wieder rein, Mann. Bebe, ich will doch nur... Essen-Ausgabe, ich hätt gern den Kartoffelbrei. Ich hab doch gesehen, wie Du mich angeschaut hast im Biologie-Unterricht. Ich will vergrüßt werden, Herr Lehrer. Ich bin komplett zackt. Kriegen Sie darin Damage? Herr Lehrer, die Tür ist ganz kalt, ich bin Veganer, überall Fleisch! Oh Gott! Oh, ich bin blind! Lehrer, ich bin dran zu tanzen! Herr Lehrer! Warum tanzen? Machst du die Tür auf! Ich erfriere, ich erfriere! Ich erfriere! Ich habe ganz viel Leben verloren! Oh, da schlägt man einen Traitor! Wie macht der das? Wer schießt denn da jetzt rein? Hä? Wer hat jetzt Refi umgebracht? Er war mein Lieblings-Rollplay-Partner. Oh! Oh! Was ist das denn? Was passiert diese Runde? Lass mich hier raus! Ich wills sehen! Bitte lass mich raus! Ich wills sehen! Alter! Er kriegt doch doch nicht! Er kriegt doch doch nicht! Er kriegt doch doch nicht! Du warst so Harry Potter-mäßig unterwegs! Hallo, Mora! Oh, ist ein Zauberstamm! Hallo, Mora! Ich hab Romatra! Ich hab Romatra! Ich hab Romatra! Danke! Warum hast du Romatra umgebracht? Shut the fuck up, Refi! Mora! Mach doch was tot! Halt dein Maul! Geh weg! Er schießt schon wieder auf mich hier! Geh weg! Erzähl mir, was mit Romatra passiert ist! Ja, der ist da... Du hast den umgebracht! Nein! Doch! Leicht mir jetzt! Ich kann sagen, ich merk mich in meinem Einklang, du Arschloch! Beim Eltern-Sprechstück! Ich schalte dich an! Ich muss da keiner erfahren, hm? Hey, komm rein! Ich muss da keiner erfahren! Ich muss da keiner erfahren! Ich kümmer mich drüber! Pass auf! Geist dich! Ich... So, du riecht die Birne! Pass mal auf! Ich hab mich in die Grauschen hängen! Die Polizei wirklich drum kümmern! So! Dein übelz modeliker meiner Schöchschies! Ich bin doch Nachkreis! Pass bloß auf! Weiß gar nicht, womit du zu tun hast! Letz dich! Was machst du denn jetzt? Wo bist du denn? Ja, ich bin immer noch hier! Was heißt hier? Wo bist du denn? Weiß ich nicht. Wo bist du denn? Schon hier. Komm ich durch die Tür! Heu ich nicht. Ich hab nicht mehr so viel Leben. Hä, was war das? Junge, was für eine Runde, Alter. Ich bin aber reingekommen, warum explodiert euch das? Scheiße! Ey, dass Romatra hier mit der besten Aufnahme rausgeht, obwohl wir alle komplett lost sind. Vor allen Dingen, bei Romatra guckt dich gar keiner. Leute, bitte schaut das regelmäßig bei mir. Mann, ich war jetzt gar nicht mehr Traitor. Ey, Digga, ich war seit Ich war seit fucking 30 Runden kein Traitor mehr. Mann. Ich bin die ganze Zeit in und mach meinen Roleplay mit dem Teacher. Schau mir nach der Folge Harry Potter an. Ja, wie fanden die die Tanzeinlagen? Ich fand die ganz gut. Ganz geil. Oh! Herr Papo! Ja? Ich hab da vielleicht aus Versehener Haufen gemacht ins Lager. Warum sollst du ins Lager schier? Bist du Fail? Bist du Female Mail oder Mail? Ich? Ich muss doch schauen. Also das ist halt das Ding, ich weiß halt nicht, wo ich reingehen soll, weißt du? Achke, Alter. Ich mein, ich könnte jetzt hier einfach in die Mitte rennen, Harry Potter style, aber das mach ich natürlich nicht. Max? So. Jetzt ist natürlich die Frage. Die will zum Basketball vielleicht ein paar Körbe wirken. Wer war da hinten in der Hausmeister-Willi-Hütte-Vlesch? Was hast du da gemacht? Ich bin's, die haben auch ein paar Pucks wussten. Ich weiß auch nicht, die wird das jetzt regeln. Ich würd sagen, wir gehen einfach, wir gehen wegen Rehwi fragen. Rehwi weiß immer Bescheid. Rehwi? Ja. Eine Chibotrophäen. Jogmineth. Ein mit Brötchen aus der Kantine. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jogmineth, wie über den Joghurt zum Rufstab. Der ist ein Mörder unterwegs. Ich hab mich seit den Sommerferien nicht mehr gesehen. Der Hausmeister hat mich in der Hütte am Penis gefasst. Willkommen, Job. Boah! Der Hausmeister hat eine Atomkraftwerk, guck! Das schmeckt echt komisch. Hast du halt gesagt, das schmeckt aber komisch? Der Hausmeister hat Schimmel im Keller, überall! Schimmel im Keller. Wie David in dieser... Was war das für ne Folge? Oh nein! Das ist der Schultrektor! Bleibt stehen! Bleibt stehen, ihr kleine Scheißkerle! Das klingt doch exakt wie... Ich hab hier einen Fass! Ich hab hier einen Fass! Tut mir leid, Scherzik! Scherzik! Wir könnten dem Direktor ins Streit spielen! Heiß doch, heiß doch! Geht weg von meinem Auto! Ich hab dein Auto! Das ist mein Auto hier! Lasst mein Auto in Ruhe! Was? Hype Damage! Scherzik! Wir haben Leben, Leute! Die ist eigentlich gar nicht komisch, dass man aus der... Ich hab ihn erschossen, weil er nur rum stand! Hallo, habt ihr gehört? Ja, haben wir gehört! Philipp! Philipp! Ich bin bei Philipp! Ja, ich seh das! Ich seh das! Ich seh das! Ja, ich kann hier mal Regen schlagen! Können wir Regen mal erschießen, damit er nichts mehr sagen kann? Ich bin... Ich... Ey, im Keller ist was passiert! Im Keller ist was passiert, Leute! Hey, hey! Ja, Junge, warum er sch... Ja gut, ich kann's irgendwo verstehen! Oh! Okay! Ähm, Max, warum hast du ihn jetzt erschossen? Weil er ihn erschossen hat! Und... Das nimmst du als... Also... Hä? Er hat ihn grad erschossen! Ja, aber wer lebt denn jetzt alles? Ich krieg diesen Schei... Ich krieg das gar nicht so hin wie die zwei! Max? Der ist... Ich kann das nicht! Das Ding ist, ich... Baby ist Traitor! Hä? Okay! Ich glaube ja, dass du der letzte bist, der noch lebt! Aber ich weiß das nicht! Ja, aber es sind zwei... Es sind zwei Traitor! Ja, dann musst du's ja sein! You know what I mean? If I mean what you know? Mann! Er ist Hirntot! Steht da! Er ist Hirntot! Deswegen geht's nicht! Akkurat! Tja... Na, warte nochmal! Warte nochmal! Bitte nicht! Danke! Aber macht Kackchock! Warte doch mal bitte! Warum warte ich nicht? Jetzt warte doch mal ne Sekunde! Naja! Das war's mal wieder mit einer Runde der TTT von meinem Kanal! Shut the fuck up! Das ist meine Abmoderation! Entschuldigung! So, die nächste Folge... Nächste Folge bei... Max abonniert ihn! Max abonniert ihn! Max abonniert ihn! Bitte! Tschüss Leute! Go! DEN AFSZIEKE! GEOFFF TREAT ZE Bis zum nächsten Mal.